Aber die Griechen sind da klar zu erarbeiten und dazu eben, ja, Harvats. Wirtz sucht Harvats, nicht an Intensität. Bietet natürlich eine personelle Präsenz im zweiten und im dritten Drittel. Gute Bewegung und da ist Harvats, Aufgleich, Abseits, Fahrt oben. Schauen wir uns natürlich an, der Video Assistant Referee. Harvats, abgefilcht nach Odimos. Handspiel vorher, deswegen pfeift José Luis Monuera. Handspieler. In der Mitte geht's zur Sache. Andrich, guter, tiefer Ball. Da ist Harvats. Harvats, abgefilcht, Aufgleich. Und ich hab mal nach unten geguckt. Johann Nagelsmann sofort die Faust geballt. Weil das ist ein Ablauf. In Mönchengladbach. 1-1. Zu oft der Fall, Marco. Das muss man ganz klar sagen, weil du bist ja eigentlich jetzt gerade so nah. Sehen, hier schon in Durchgang zwei bin ich mehrere Ballrückeroberung. Und eine ganz kurze Entfernung, so. Harvats. Guter Laufweg. Von Harvats. Kai Harvats und Pascal Groß. Das ist also die Protagonisten, die für diesen 2-1-Sieg dann verantwortlich waren. Für die losgelöst, die ja jetzt...